Folge. Oh nein, Friss ist wieder da. Diese Lackierung, oh der Hammer. Leider kann man halt nicht sowas wie zum Beispiel Perlmutt und sowas einstellen dann. Aber egal. Ich hätte das nämlich gerne in Perlmutt Metallic gehabt. Ja. Sehe bestimmt geil aus. Oh ja, so richtig geil. Wieder zwei Bots. Bei so vielen Leuten verstehe ich das echt nicht. Vielleicht Serverprobleme tatsächlich gerade. Können ja passieren. Ich denke, es sind jetzt über 250.000 Leute drauf. Oh. Ich habe gerade wahllos auf meine Taste für abfeuern geduldet und habe bestimmt eh jemanden verfrügelten. Nein! Schade. Ich hätte nicht den Pampel gehabt. Den hätte ich schön machen können. Krass, dass der reingegangen sollte, als er jetzt guckt. Ja. Ja, wenn er richtig aneckt. Wir einfach alle auf ihren Dingbaden. Und weg ist er. Oh, Hintjad. Spreng. Oh, schade. Oh, shit. Hat mir einer den Wecke mit dem Bild. Fire Gaming FC. Oh, Alter. Gut, dass ich ihn eingefroren habe. Ja. Wollte ich auch raus. Das war scheiße. Oh. Schade. Also nicht von dir, sondern, äh, boah. Pff. Wobei, doch, äh, ja gut, äh, kann man nicht wissen. Da kann man ja nicht wissen, dass du da so ein Pümmel da raus holst. Ja, Alter. Du musst doch bestimmt umkippen, jedes Mal. Oh, ne Frau. Oh. Und Turbo. Oh, schade. Oh, Alter. Was eicht ihr denn allein, wenn ich ihn an der Leine habe? Das waren die Gegner, glaube ich. Hm. Zumindest hatte ich keinen. Nein. Ich will noch jemand wegboxen. Ach, schade. Oh, oh. Du, 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 du. Hallo, du, 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 du. Und andere Richtung. Einmal mal kurz mit dem Ball in Kassi gehen. Herrlich, Alter. Man kann das so geil für Tore einsetzen. Ja. Also diese, diese Rockstar, äh, hier, Rockstar. 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 Ja. Alter. Geht ihm nur vorst vor. Ja, ja, schade. Das sind, äh, Boxer-Schuh. Ja. Oh. Oh, schade. Oh, schade. Oh, keine Chance mehr normalen Tod zu machen. Oh, alter Schuh. Oh, alter Schuh. Weil irgendjemand hat immer irgendwie Pömelweiße. Wow. Puh. Habe ich dir weggegeben. Entschuldigung, dass ich die wieder weggegeben habe. Ja, ich hab den dazu geboten worden, nicht ergeben können. Ja, das ist ein Wiesel. Schuhsmesser. Alter. Ich werde hier weggewogen, gesungen. Geht mir was zum Kicken. Alter. Nein! Den will ich, will ich wegkicken. Batz. Oh, der hat er nicht reingemacht. Oh, aha! Jetzt wurde die auch weggekickt. Oh, du Scheiße. Und Turbo. Turbo beim, äh, beim, beim... Oh, schade. Oh, schade. Warte, warte, warte. Redford. Oh, schade. Komm schon rein. Ah, oh. Alter, ich kam da nicht aus dem Tor raus. Alter. Richtig fies. Aber der Tiefen ist fast ein Tor. Ja. Die Welttonnader im Hintergrund. Schießt du. Okay. Mach du mal. Oho. Oho. Kein Problem. Für Superbargie. Mit den trittfesten, äh, Schuhen. Der war gut. Der kam zur richtigen... Oh, was? Oho, Alter. Ich glaube, wir haben gerade alle auf den Scheiß Ball geschossen, Alter. Was? Alter. Geil. Ich habe... Ah, schade. Schade. Da ist er wieder weg. Oh, fucky. Oh, Alter. Ja, dieser, äh, dieser Stachel ist, äh, überpowered. Find ich. Naja, das nicht unbedingt, aber... Das ist schon... Wenn er das so perfekt... Äh, der jetzt richtig auch so übergesprungen hat, das war schon richtig übertrieben geil. Ja, ja, aber am Ende... Man muss halt den, äh, das Auto, ähm, treffen. Ja, schade. Wenn man den Ball trifft, das, äh, funktioniert gar nicht. Das ist halt das Problem. Ich kann zum Beispiel mit dem Ding überhaupt gar nicht umgehen. Oh, doch geht's. Ja, ich nicht. Boing. Äh. Bitte was? Arschlöcher. Hey! Das war ich. Das war ich. Arschloch. Ah, scheiße. Arschloch돈 weg! Endlich kann man sein Aggressionfreien auch laufen. Oh. Halalala! Oh, jetzt bitte, bitte, bitte zum Tor, ich hab hier eh den Boxhandschuh. Ah, shit. Oh scheiße. Viel zu... ...scheiße getimt. Ah, Alter! Alter! Was? ich hatte gerade die haus alter ich hatte gerade eingefroren hallo alter jetzt hört mal auf mit diesen aber ich finde diesen orkan das ist ja 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 weil was bringt also ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden was er bringt er will nicht von sie wie in Wien wieder um Prozent hier Prozent im Prinzip wieder Magnet welche aber nicht worden nehmen nämlich annehmen ist gut nicht so gut das stimmt ich war mir also nicht worden Prozent nein die wurde mir wurde Tore gegeben der G3 bitte bitte gehen rein um und Prozent 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 50 Zentimeter vorher der wurde wurde abgewählt Prozent das ist so viel ich war alle weiter ich habe mich dort und und die Brüder Prozent und also um ein Gott mehr die Lüge alle Tick noch vor allem gehabt werden auch gesagt dass erhält ist die Gronen muss er ist ja nur einmal die Märkte ist ja nur diese eine März von daher obwohl die Gäste auch erhält sind in der drüben wen gebe ich denn mal Turbo Ich auch. Ehen da. Ey, ey, hab ich da. Oh. Bayern Gaming. Was macht der da? Was heißt Bayern? Nein! Zu spät, äh, Dings gemacht. Ich hab den doch weggekickt. Warte mal, was ist da jetzt passiert? Hä? Ist mein Kicking. Ah, schade. Ich hab zu spät, äh, den eingefroren. Hm. Nie. Ich. Okay. Okay. Hallo, mein Freund. Juhu. Alter. Alter, die soll echt drauf haben, wenn du dir im Körper tauschen. Och. Wieso, ich hab, ich fand das gerade ganz cool. Äh, nee, irgendwie, Alter, die ganze Zeit gerade bei mir, äh, kling, 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 kling. Och, schade, ach, haha. Zwei Donados. Hallöchen. Oh. Wer war das? War das einer, war das auf dem Lauer oder war das der andere? Ich glaube, das war ein blauer. Oh, nee, das war ein... Ja, doch, 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 doch. Oh, Alter, schönes Ding. Aber der hätte doch eigentlich von der Kraft her gegen die Decke oben fliegen müssen, ne? Ich will mal den. Guck. Oh. Hähnchen? Du bist eingerostet, wa? Alter, jetzt ist aber wirklich in Ordnung. Äh, siehst du? Fucking Bayern-Fans, Alter. Ja, gut, ist aber auch schwer zu fliegen. Ja, aber trotzdem. Niko! Niko! Och, leider, jetzt ist er aber wirklich mal gut hier. Alter, der ist gut durchgeglitscht. Eko! Ernsthaft? Alter, der war gut. Alter. Nein, wieso kommt der nicht? Oh, Alter, ich war zu weit weg. Ich war zu weit weg, deswegen... Oh, scheiße. Ich hätte durchziehen können. Wortwörtlich. Patz. Oh, du hast Tore. Oh, bitte. Oh, schon wieder zu weit weg. Die hatten schon wieder zu weit weg. Die sind... Die sind... Der, wie er sagt, hier... Oh, kann es einfach nur zu selten werden. Nein, ohne Folter... Was machst du denn? Uh, boah. Oh Gott. Ach, es ist ein Schwiebel, dass sie leben. Scheiße, jemand hat mir Turbo gegeben, deswegen konnte ich den nicht nehmen. Oh, Alter. Oh, Alter. Ernsthaft. So, wie nehm' ich den mal jetzt als Tor? Oh, Alter, dieses ewige Schluck. Juhuhuhu! Jebe! Oh, Alter! Na! Oh Gott! Ja! Achso, ich hab vorgeschossen. Ja, ja, ja. Ich hatte komplett die Orientierung verloren. Achso, hast du gedacht, das wäre unser Tor? Ja, ja. Boi! Ich hab ja fast den, ich hab ... Ich hab ja fast einen Tor gemacht. Hefti, Alter. Das war ein Tor, hab ich jetzt nicht besprechen, wir werden nicht. Endlich kommt mal auf mit diesem komischen Spiel da. Das ist, wie gesagt, gerade in den Top-Siller sogar in diesem Spiel. Pfff! Boah! Boah! Nein! Mann, ich hab Stachel! Ich bin Stachelschwein! Ich kann damit einfach nicht... ...umgehen! Uff! Ach du... du hattest mich alleine... Alter! Echt? Ja, guck mal, guck mal genau hin! Guck dir noch hin! Da! Das war ich! Mal kurz Gassi gehen, oder was? Ja! Alter, dieser Turbo! Außer, ja, alter, ja! Heftig! Hol' wir noch auf! Hallo, Hähnchen! Uuuuuh! 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 Hör auf! 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 Alter, das muss ich jetzt... Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! ich gehe auf, danke. Alter, wir sind beide das gleiche in den Kopf und dann nur gleichzeitig einsetzen. Oh, ich kann nicht mehr. Alter. Alter, was? Alter, ich kann nicht mehr. Oh, Hilfe. Oh, ich muss mich beruhigen. Das war, Mann, ja. Und zack. Und dann auch noch angezogen, geil. Mir wäre es besser, wenn wir den ausgezogen hätten. Scheiße. Gut. Alter, ich kann nicht mehr. Was? Was habe ich da noch? Alter. Oh, scheiße. Ich habe die Faust, sorry. Boah, was? Alter, ich habe nur so ein Pflücken gehört. Was ist das, Alter? Hast du das Ding in der Luft, die hast du da oben, die hast du hier weggefunden? Also noch kurz vorm Tor rausgeholt, da? Ah, schade. Ich glaube, ich habe mich kurz vorm Tor rausgeholt, da? Alter. Da habe ich gerade einen Fuß gesehen, in meinem Gesicht. Alter, das ist unfassbar das Spiel. Oh, hast du ihn noch nicht? Nee, hatte ich nicht. Weil trauen alle ab. Oh, ich komme mal gleich wieder. Was? Oh, das gab das Namen, ehrlich. Alter, ich kann echt nicht mehr. Ja, dieses Doppelding hat mich echt umgebracht. Doppelding, das war ein Dreifachding, Alter. Da war drei Seile drum, ey. Stimmt, der Blaue war ja auch noch mit dran. Der hat ja das Eigentor dann aus Versehen geschossen. Das hast du im Leben noch nicht gesehen, Alter. Aber wie wir gleichzeitig das mit dem Seil auspacken. Ah, herrlich. Mein Regen. Fucking awesome. Scheide, dass man hier keine Pickups hat. Jetzt. Oh, 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 oh. Ich meine, ich bin... Bin Füßen getreten. Alter, das ist auf Kamera. Alter. War im Prinzip so ein... Ja, im Prinzip so ein schlechtes Spiel gewesen, aber so geiles Tore gemacht. Oh, wow. Komm mal mit. Blau oder rot? Äh, wir sind blau. Scheiße. Du wurdest im Prinzip genau zum gegnerischen Tor geportet. Ja, weil man sieht das nicht mehr, weil man die Farben fast sehen kann, wie man wild gemacht hat. Oh, scheiße. Ich hab... Nein, ich hab den falschen... Ich hab den falschen gerannt. Ich dachte, der wäre ein Gegner. Boah, scheiße. Oh, Hilfe! Alter. Das ist so los. Alle haben die auf... Oh, Mann, ey. Ja, ha! Was? Was war das? Ja, ha, ha, ha. Oh, heierlich. Hat er den gehabt und es trotzig weitgefahren wird? Nee. Doch. Alter. Das hat sein Leben. Der hätte eher springen sollen. Nein. Meins. Und? 159. Yeah, bitch. Sauber. Ahahahahahah Snapdance, Alter Ahahahahahah Scheiße, das ist ein Spies in die Macht, Alter Ahahahahahahahah Ich... Die bringen die doch um! Ich bin mich nicht an... Mich nicht an be-pissen, ich bin mich an besamen... Ahahahahhh Ja! Und... Und... Ja, ja! Oh! Schade! Was für eine Parade, Alter! Oh nein, 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 oh! Apic Save mit Apic! Alter! Alter Schwede! Ah ok, man kann also den Ball doch treffen. Gut, zu wissen. Was war das? Na was für ne Parade, alter. Der war doch drin eigentlich schon, nur noch Model, alter. Den hab ich perfekt reingezogen. Oh, scheiße. Oh! Ne Penner! Das hätte er nicht machen dürfen. Na ja, na ja, das war ganz schön. Ah, unheimlich geil. Das ist so wirklich, wenn man sagt, mehr geht nicht, dann ist es auch wirklich so, mehr geht echt nicht. Was soll da jetzt noch kommen, alter? Oh Gott! Oh Gott! Nein, ich hab Turbo bekommen! Nein, und das ist ein Flug! Oh! Ich hab auch jemanden mit Turbo gegeben. Oh, sauber. Nein! Ich hab Stachelschwein gehabt! Das wär perfekt gewesen! Oh, alter! Oh, alter! Ich mein, mein Stachelschwein hat noch gewirkt, wo er es gebracht! Alter! Danke für den Turbo! Alter! Nicht schlecht, Alter, nicht schlecht! Langsam hab ich den auch raus! Ja, ich sag ja! Bei einer, da galt's überhaupt einfach, weil man den echt so mies nehmen kann! Äh! Du willst wen mies nehmen? Oh, alter! Was war das denn? Der Typ hat ihn, wie er es hat hier... Ich hab, glaub ich, auch, äh... 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 Wer, wie er es hat hier drin gewesen wäre! Aber er hat den Lader weggeschossen, unser, äh... ...und Kollege! Und Turbo! Hahaha! Und wegfährt er! Hahaha! Boah! Das ist so fies! Boah, was macht denn unser Typ, Alter? Der ist völlig dämlich! Ja, der ist ja... Ne, der ist völlig dämlich! Der Typ fällt, zieht jeden Ball! Oh, kein Turbo! Ich glaub, ich glaub da... Oh, ich hab, äh, ich hab... Ich hab die... Ich hab die... Boxer-Faust! Oh, Alter! Hahaha! Das geht nicht geil! Hahaha! Unten, unten, äh, Dings! Ach nee, das war... Warst du ja gar nicht! Oh! Oh! Oh, schade! Alter! 167! Mit dieser Turbo-Hand, ey! Wenn das überhaupt der Turbo war! Ich glaub, das war ja, äh, die Faust! Ja, die Faust, ne! Die Faust, ne! Die Faust, ne! Die Faust, ne! Die Faust, GOOOOTES! Das! 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 Ronk-Zuschauer wissen, was die Faust Gottes ist! Mhm! Oh, was! Oh! Mir ist der Fuß eingeknickt! Das war natte, alter Füße! Hahaha! Mir ist echt der Fuß eingeknickt, so nach hinten! Pfff! Sauber! Oh, Alter! Nix da! Näääh! Ah, schade, du warst zu weit weg! Ich hab ihm mal nen Turbo gegeben! Ich frier den mal jetzt nicht ein! Aber jetzt! Ich hab so und so nichts! Oh! Hilfe! Oh, cool! Der hat mich zum Hunderter teleportiert! Das ist natürlich... Schweinisch! Oh! Glanzparade! Ich hab den... Ich hab die Stachel! Ich hab die Stachel! Ich hab die Stachel! Ich hab... To... Oh! Ja! Sauber! Du hast locker Zeit! Oh, LL hat das Spiel verlassen! Schon wieder ein Slam-Slam-Dank! Meiner war aber schneller! Ja! Äh... Am einen hat auf dem Boden aufgekommen! Mhm! Vor zwei! Eindlich hat's mal wieder geklappt! Ah! Die führen! Traurig ist nur das... Na, was heißt traurig? Wenn man den runterschießen könnte, wäre das echt zu einfach! Dann würde der einfach machtlos sein! Weißt du was ich mein? Wenn man den mit der Faust runterschießen könnte! Höh! Die haben hier... Oh nein! Oh, boah! Boah! Wieso ist dieser LL-Updown? Der war doch echt gut, halt! Bussch! Spatz! Alter! Ich guck's dir nil dran! Ist das ein scheiß Spiel? Und das im positiven Sinne! Ein scheiß geiles Game! Oh nein! Ausgerechnet hab ich jetzt! Ach, Scheiße! Ne! Da ist die... Oho! 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 Was war das denn! Hahahaha! Ich hab doch noch jemanden einen Turbo gegeben! Das sind die besten Folgen ever. Schade, dass du jetzt so schlimm kommst. Ja, nächste Folge, schade.